Der Schabbos ist der dritte Jahrzeit von Arab Rebbe Yoh Kahn, der Rebbe Schäuser. Von unserem Beispiel will ich Lill Nishmosey sagen ein paar Sachen, die sich däremonen und reintrachten sich in dem und hoffentlich nehmen etwas von dem in unser Chaiva Proti. Wir schauen uns an, wo er aufgehört wird, nachdem was es gekommen ist für Russland, wenn er gewöhnt fünf Jahre alt. Er kam in Tovrich Zadig Hei zu Erz-Israel und er hat dort gewöhnt in der Ramad Gahn und dort gewöhnt andere Sieden, und ich bin dort gewöhnt und durchgetan den Platz dort und von allen Seiten in vier Jahren, seit man nun versteht, was war der eisgewegte Chzidische Platz, das ist gewöhnt. Der Divrich Siedis, der Chazores Dach, Maimorim, die Chzidische Verbrengens und alle anderen Sachen. Nachdem am Gita Kuk in dem Cheder wurde gelernt, was hat sich aufgeöffnet, ich glaube, in Tovrich Zadig Hei und das gewöhnt in Tel Aviv, aber ich hoffe darauf, Kuk. Ich habe dort gewöhnt, und seine Tate, der Pfaljikan, hat gewöhnt am Keggen der Jeschiva, die Achit Mimim. Versteht man nicht, was war der Platz, das er gewöhnt. Ich habe gehört von seinem Kosen, der lebend, nicht lebend kann, der Baruch Scholl und Kahn, was er noch sehr gesehen hat, als er hatte ich dort gelernt, er ist ein bisschen jünger von Rabbi El, er hatte ich dort gelernt, und es ist manchmal ein Block weg von dem Jamm, von dem Wasser. Man versteht sich, wie viele damals, in den Zadig Hei und Zadig Tess und die Jörn, ist der Jamm nicht der beste Platz, mit den Knies, mit allen und allen. Und er hat mir gesagt, wie der Anholi hat gesagt, die Bocherim sollen dort nicht gehen, die Kinder mit den Bocherim, und sie sind nicht gegangen. Und man versteht von dem, der Avira, wo er auf Jeltschuf gehadet wurde, ist gewöhnt sehr Achsidische, dort haben gewöhnt einmal Lameder, Eber, und es gewöhnt andere, was das hat gegeben, die Jünglech, wo er beteiligt hat, achsidische Lubavitsche, aufhören in dieser Atmosphäre. Und nachdem, ist gewöhnt dort, in der Yeshiva, das war größer, gewöhnt der Roshaschiva, Reb David Pawarski, was heißt, gewöhnt Litwisch, aber gewöhnt der Roshaschiva, unter Rebscheel Brug. Rebscheel Brug hat dort geführt, die Yeshiva, ist der Menauf von der Yeshiva, und Rebscheel, zusammen mit David Pawarski, haben wir gegeben, bei Icke der Bocherin, den Nigel und Chsidis. Es kamen Sachen, die sich gehört, bei der Jünger Bocherin, als er stark gelernt hat, Nigel, als wir alle Bocherin, und gewusst, und hier, als er getroffen mit Reberl Pawarski, einer der größten Roshaschiva, von Ponovic, der Schena Ben-Tishim, und er hat gesagt, er hat nicht gelernt, in Achitmime. Und er hat gesagt, Reb Jeel, wenn er dort noch gekommen, nach 10, 15 Jahren zurück, hat er ihm gesagt, er gedenkt der Tag, wenn mein Tater, er kommt nach Hause von Yeshiva, und er hat gesagt, als Jelik tut besser, wie Schlemke. Schlemke ist gewöhnt, der Schleime Berman, was er später gewöhnt, nach Roshaschiva in Ponovic, was er gewöhnt, achavrusse von Reb Jeel in, 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 die Yeshiva damals wie mit sich gespielt und er hat gewollt sich spielen nicht. Nur was denn, er gewann aber ein bisschen agressorer Batlin, weil der Kopf sein hat alle mal getracht. Aber er hat gewollt spielen, es ist halt gewollt sein für alle Kinder. Man spielt sich Ball, man spielt sich Weisdarten und er hat gewollt sich spielen nicht. Nur was denn, er hat gesehen, also er liegt etwas anders, er tracht etwas anders. Er tracht, wenn er mit Teire, mit Chesidus, mit Chesidem. Nochten gehen am meisten mit Echam gehört, also er hat umgerät, a jeresleimdike boche, was er kummelernen dortin. Was später geworden, a emes heisse Lepavitsch und Chosid, also schreiben zufriedeke Reben. Also er hat davent beherriches oder davent bekawonet vielu, bekawonet, wichulu wichulu. Und Reben hat geschrieben zurück, ein scharfer Brief zu der Pscheo-Bruck, als in Tövchen-Dalen, glaube ich, als das eine Erfreiche im Schlein-Noldu, das ist, das heißt, das ist junge, man sagt das Wort, junge Schmarkatschen. Aber er hat das nicht gesagt. Mein junge Feigele, sie weiß ja noch nicht von der Mame Feigele, sie ist eben nicht aufgefunden, noch die Eugen zu, was tut sich, und sie darf ihnen scheinbar riechen. Und der refft die Rebe in dem Brief, sie gedruckt, jetzt stark muss er abschälen, und gar nicht, das habe ich gehört, als er geheilt, wenn der, was hat eingerät, der Bocher, also schreiben zum Reben. Das heißt, er hat gekocht, in die Skarsche zum Reben, von einem jüngeren Bocher, und er soll mit dir sein, dem Reben, was er tut, nach wie das hat viele. Nachdem wir voran, der Brief, das war mit Toffchen Sein, Toffchen Chess, Toffchen Tess, wenn er gewollt gehen in Amerika, kommen Amerika, wie seine Freunde, bei Hezke Gansburg, mit Noske Gourari, mit noch ein paar von den Schäuern, Ben Schachar, Uri Ben Schachar, und der Rebbe hat gesagt, dass er soll noch bleiben dort. Und in Nachdem, mit Toffchen Jud, hat der Rebbe gegeben Rechus, und damals ist er angekommen zum Reben. Aber man guckt da rein, dort in den Brief, sagt man, das ist von Friedeke Reben, das ist von Friedeke Reben. Sagt man klar, er will nicht, dass er kommen heißt, er soll sich angräten, mit noch jüdischen Sateren, und Chessides, und Chessidem, und das heißt, wie es kommt, heißt, Fianis Deiti. Und der Friedeke Rebbe hat schon gesehen, als der Jüngel, der Junge Bochero, wird sein Amol, der, der, was wird, sein, der Vorsteher von Reben, zu Zahris bringen, der Bezteire, und der Schittes Chabad, und wie man da, sein, alle Babitscher, heint, in, 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 noch Toffchen Jud, und wie man da, und wie man da, und wie man da, und wie man da, und auf dem Voran, sicher der Brief von Toffchen, Jodalit, Gimu Jodalit, wenn, gewohran nach Hossens, zu der Tochter von, Schnell, Reb Schneer, Zahn, und Buttmann, mit, mit Lehe, heisst, heint, also sein, gesund, der Rebbe, zum Lehe kann, und dort, und voran, wie der Rebbe ruft der Mann, in, in der Soffel von der Brief, ruft der Mann, dachte mir, Agoin, oder Zadig, oder der Rebbe, sehr, Palmidus, sehr, loschen, nadir, was der Rebbe, so anrufen, seiner, achosset, a Junger, richtig, was er, gelernt, in Lubavitsch. Das hat, im Kloreich, wie der Rebbe, schon gesehen, wo es da liegt, Er erzählt, dachte, Rebbe, Rebbe, und das erzählt, er gedenkt, dass er, gewöhnt, er hat sich so, damals gewöhnt, aufschen Jud, und, ähm, und, äh, der Älterin, Panovitsch, gewollt, als Rebbe, also kommen, lernen, Ein paar, von der Andrel, der Panovitsch, er, haben, in seiner, sind, dort, in der Tage gegangen, und, sehen, gesehen, aus dem, da, heisse, fish, ein, was, waksen, agodul, wachulu, am, zich, songgale, lektav, dem, kum, reden, zu, rebefolien, zu, de, le, akka, zu, zu, mahmat, zu, riefke, und de, mahmat, gazog, zu, 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 rebeje, Er hat kemisch getrotten den Fuß an Ponnewitsch und damals noch nicht gewöhnt, die ganzen Reiben, was er geworden ist, später, aber er hat Ponnewitsch beteiligt so, aber er gewöhnt an Lubavitsch und er hat gewusst, dass er darf jenig sein nur von Lubavitsch, nur von Temchit Mime, dass er gewöhnt, ein Hergisch von Lubavitsch, mit Deure Deures. Früher in Kronheitz ist der Chassie Winter, sie ist die Tochter von Schmuchayem Polner, er gewöhnt in Rabatgan, zusammen mit den anderen Siedern, und der Kanz, mit Polnern, hat sie mir gesagt, sie ist aufgewachsen dort und hat sie mir gesagt, sie gedenkt den Tag, wenn ihre Mama hat arrangiert, den Päcklach von Rabiel zu vorn zu brem, zum Schiff zu vorn, weil Rabiels Mama rief gegen wen hat Blinde. Die Militin hat gesagt, sie haben Hilfe, hat Polners Weib, Chassies Mama geholfen, und sie gedenkt klar, der Tag und das Mann, und wenn sie sie mit mir gehört, als Jail fährt er weg, sie gewöhnt eine große Sache. Jail gewöhnt der einzige Bein Joche, der hatte, dachte ich, mit vier Schwestern, aber er gewöhnt nur ein Bein Joche, der Socher. Auch hier kommt man zum Bremen und da hat sich noch eine neue Parche. Und ich will auch geben, ein Bein Joche, die Schwestern gewöhnt der Schleischung von Herrn David Raskin, und ich bin nicht gegangen, hier in der Krankenhäuser, aber er gehört, Rabiels war ein, und er hat gesagt, er könne ich bleiben bleiben, weil er hat sie hier im Büropark. Aber er hat gesagt, aber man darf wissen, wer der Herr David gewöhnt, und er hat gesagt, seine Bein Joche sind sehr reich und zu der Sache. Und er hat gesagt, als David ist gewöhnt Nissen Sattalmet. Ich sage, ich habe gemacht Wort bei Wort, sein Loschen. David ist gewöhnt Nissen Sattalmet. Nun, Nissen Sattalmet meint, die Skafje, aber in das Sattfile, Kabolo Seel, Jere Shemayim, und der ganze Mahalich, was kommt mit dem? Als das Sort, ich will nicht sagen, der Wort Verkwetschkeit, aber die Jere, die Verfruchtigkeit, und alles und alles. Und bei Schaß, er hat gesehen, was der Rebbe macht, von dem ersten Tag, er hat doch gekommen, ein paar Wochen, vor dem Staukel von Friedrichsreben, mit den anderen Schäferern von Paris, er hat gesehen, und hat sich gefragt, was tut sich da, was der Rebbe will, was die Amerikaner darf hören, und er hat sich gleich übergebeten, und er ging mit den Rebenswogen, auch von der Pfotze, der Maionesschutzer. Das Mädchen ist also nicht gedauert, das Mädchen ist nicht gar kein Jere Shemayim, sicher nicht, aber sie gewöhnt aus, von dem Kaaf, von der Pfotze, der Maioness, und woher er gewohlen, der Rebbe der Maionesschutzer gewöhnt, für andere Sachen, und bereits schon von dem Zag, die Schäferern gewöhnt, und sie gewöhnt zu den Rebbe der Maionesschutzer, die die Rebbe der Maionesschutzer zog er nicht nachher, mit dem Schuss zu sein, oder Frum, oder Lobavich, und allem, und allem, und allem. Das habe ich damals gehört. Ich sage, selber sagt, nein, der Rebbe jael. Die Rebbe jael kam zum Bremen und 20 Jahre alt. Die 20 Jahre alt ist der Rebbe, der Rebbe der Gezgebir der Gaffartiker, die Gatschen, sein Ideen und sein Mahalich und lernen sein Igles Eichsides, er kommt zum Rebbe und der Rebbe hat ihm gesagt, mein Morin, und er hört Beisius, der erste Meimer, von der er schweigt, und er hat gleich verstanden, da liegt etwas gar anders, und auf dem ist er gegangen das ganze Leben, und er hat zu Masber gewonnen, und er hat abgeschrieben, und er hat Juden in Chabad, in Eichsachabad, und so weiter und so weiter. Er wird in der Untertitelung, in der der Erschwehe, und so weiter und so weiter und so weiter. In der Grunde sind wir inzwischen 12 Jahre alt, und in der Erste, was er schweigt, nicht in der Kopp, von der Ergene vom Rebbe, von dem Rebbe, von dem Ergene, von der wo es ist geile sein in meinem Spiel in Havones Achsides, wo es ist gewann, wie man sagt bei Achsidem Lufnea Zimtzum, er kriegt Lufnea Zimtzum, höher und höher, und da der Rebbe geht, nimmt Lufnea Zimtzum und bringt es herab, niederkehren, niederkehren, neil im Hase, da hat man überbeigt einen ganzen mahallichen Machschow, wie man sagt in Englisch 180 Degrees, und da hat es getan. Wenn ich trage wegen dem, wie ein Mensch kennt das Ton ist, ist nicht normal. Aber durch diese, wenn er der Herz attack ist, wenn ein Gimmel Tammus ist, ich denke, die Schwachion und die Töpfchen Nunes, ich muss nicht viel gut sein, ich muss nicht gewollt regnen, damals hat er noch gerechnet. Ein Mensch, was regnet, also hat er viel regnet, hat er viel nicht regnet. Hat er gesagt, wenn es nicht besser ist, das ist nicht normal. Und er ging zum Doktor und hat gesagt, da hat er eine Herzattack. Hat er von dem nächsten Tag aufgehört, reichenen. Mami, Schiebe, gebeten sich. Der Keich hat rotzend, von verstehen, dass Luzua Kavone in dem Prat, ist gewöhnt dort ein Gleiches, sondern gewöhnt eine Scheibe von Hizgalus Adover. Bedarf es mir Galle sein. Ich sage euch dieselbe Sache, als das, was gehört vom Reben, der 1. Mai, mein Bosse, Le Ghani. Und wir sehen, der Reben ist mahalich, die erste Verbringung, der erste Jahr, zwei, drei, zwei, drei Jahre. Das hat er mal weggestellt vom Leben, als das ist der Zauber Show. Und da gibt es andere, die nicht mitgegangen sind, und das nicht verstanden. Und das ist noch ein Punkt, was ich will dir erzählen. Er ist ein sehr passionate Mensch, sehr warmer Mensch. Mit der ganze Schule. Und sie gewöhnt die Schule tief, Schabbat, tief. Mit der ganzen Schule, mit der ganzen Genius, mit der ganzen Ilui, die alle Sachen, er gewöhnt, ein Herz, ein goldener, warmer Herz. Aber darf keiner rein kriegen im Herz. Was war der Talmide, mit er gehad? Er gehad zwei Sorten Talmide, bei Iker. Er gehad Talmide, bei seiner Gewähne, sehr gute Kepp, sehr gute Sikori. Und ich habe sie nicht gewöhnt von der größten siedischen Bochere. Ich meine, sie haben gewöhnt, die bedeutet da unten, aber auch wo wir gehen. Und sie haben sich herumgeringelt. Weil sein Kopf hat sie der Numen sehr stark. Und er hat geglichen können Reden auf Azar Rambah. Aber wir haben sie gewöhnt von seinen besten Talmiden. Und das ist gleich von dem Anfang, wie ich, von Benazaris, von der Messiefte in Bett für den Dien und der Anfang gelernt habe mit älteren Bochere. Aber viele der Messiefte, ich habe gehört von R. Label Oltain, R. Schleim Azarchi, R. Label Shapiro, was sie eben gehad in Bett für den Dien, aber sie haben einen sehr guten Kepp. Und so weiter und so weiter. Aber sie sind irgendwie ein paar Dichsidische. Ich habe andere Später, in der Zeit nicht, und vielleicht später, wo sie vielleicht treffen bei seinem Tisch, wo sie vielleicht reißen, dort nach Sachmau. Und da haben sie getroffen. Die Dichsidische haben einen Eizeren Kepp, Eizeren Sikori. Aber die Dichsidische haben eine bessere Kepp und die Dichsidische haben einen Eizeren Kepp. Das ist auch besser. Das ist auch wenn die Dichsidische haben, die Dichsidische haben einen Eizeren gehabt. Yes, ich weiß, ich habe einen Eizeren gebrochen, aber sie haben sehr gut geschmeckt. Das kann ich sagen. Aber sie haben, in Englisch sagt sie, they related to him, weil er das gehad, und er das enjoyed, und hat das sie gegeben. Nachdem gewonnen, noch ein Sortal mit, was ich und andere, seine Gewinnen in dem Kav, was mir haben gesucht in dem, die Dichsidischkeit, die Warmkeit, der Herz. Sicher hat man gelernt, Dichsidisch bei ihm, und verstehen, und verstanden, gekocht zu können, aber alles richtig. Aber was er gewonnen, in Kudussoy, für uns er gewonnen, die Iskashtus, sie geht nach Kosset, sie ist nach Kosset, sie wächst nach Kosset, was Menschen sein verbunden, abwegwarfen den Narischen Jesches, mit der Gäufe, mit der Ich, und das ist gewonnen, und wenn er hat gehad, als Sechesort anbieten, hat er sich gegeben, hat er sich abgegeben mit Sey. Menschen fragen mir auch immer, was hast du Seche gewonnen? Sein eigener Plämmenik hat mir gesagt, ich habe auch gefragt, Reb Jail, was geht sich an Sey, ab mit Taufen? Was hat er mir gesagt? Hat er gesagt, weil, er suchte Memes. Ich weiß nicht, ich halte mein Memes, er gefunden den Memes, aber er suchte Memes. Und bei Reb Jail, das gewinnt Seyra, ein Dover Nadir, eine Teire Sache. Also, Bocher, will dem Memes, ziehen wir da mal, zukommen zu dem, ich weiß nicht, ob das nicht eine Gehe, was eine Gehe ist, wir sucht es, wir sind immer wacke, für den. Und, in der Klug, in der Chabad-Höfen, und in der Rebens-Höfen, und wie hat er zu uns erst gelernt, und Masber gewinnt, und verbracht wegen dem, und einmal, und zweimal, und dreimal, und die Sorte Bocherim, hat er echt stark, mit Karol gewinnt. Wo Ula Jeschleim war, und das ist, das ist damals der größte Bärin, nicht sieht es, in der Schule, wenn er nicht Masken sei, aber wie, wie an die Sorte, die Kuntes, also hat er das Sache mehr, mit Jacken gewinnt. Unsere Sorte Bocherim, wird der bessere Kipp, und besser, sie kohren im Chäbren. Weil, dort gesehen nur Kopf, und dort gesehen, Herz und Avede. Es ist der Herr Biel, was Menschen sagen, die nicht gewinnen können, hey, wieder, das ist gedauert, und bei Riechen, sind die alle Babemeisters. Er, erst verstanden richtig, was er meint Avede. Ich bemele, beschasse, kommt zu sein Jahrzeiten, es ist da, sacht noch Sachen, aber jeder Jahr, gleich, reden etwas Neu, ich hoffe, dass es Neu klappt, was ich gerade, letztes, vier Jahre. Darf man sich hereintrachten, ein bisschen, was er hat uns gelernt, und dass er nicht, es ist amohl gewähnt, es ist amohl gewähnt, es ist heint, und es wird sein. Was schade? Ich rede nicht, doch mit dem Mund, sicher mit dem Mund, ich rede mit dem Mund, ich rede mit dem Zeichel, und ich wohne, das was man hoffen, seine Schiuren meint, Taisen der Schiuren, wir können sich zuhören, auf dem Telefon, online, mit dem Telefon, und jeder Tag wird noch, und noch, und noch, und tacket Taisen der Menschen, hören sich zu, und lernen, und haben noch verstehen, das Wort Chsides. Das bringt mich zu noch einer Sache, auf drei Mal zehn, wo steht, als er bei Icke sich gekocht, in Tanya, und gegen Schiuren in Tanya, weil er da, gegen Schiuren in Tanya, 40 Jahre, oder mehr, hier im Borepark, ich habe mich sehr gefreut, wenn ich habe gewonnen, auf Schlichus, in Kalifornien, und zurück, was soll ich lernen, mit meinen Balabaten, wenn ich nicht verstanden habe, dass ich auch nicht, dass ich nicht, mit meinen Balabaten, hat er mir gesagt, Tanya, aber er hat gesagt, Rebjel, aber sie sind nicht, nicht scheich, zu den Sachen, und die Sachen, hat er gesagt, der Rabbi hat mir gesagt, also, wenn ich habe mich gefreut, wenn ich bin einer reine, Yeshiva, in Betrim und Dien, was soll ich lernen, mit Bocherin, aber der Rabbi hat mir gesagt, Tanya, achte Tanya, und der Rabbi hat mir zu sehen, aber Tanya sicher, und hat er mir gesagt, du kennst und darfst, mazbo sein Tanya, zu jeder Sört Jid, und man kennt das Ton, und mehle, was mir darf sich, er rein, Ton, ist, teffi geben mehr Tanya-Shiurim, und lernen privat, mit Menschen Tanya, und Zeit bei Zibur, und geben Schiurim, und geben online, was mehken, und mazbo sein, das von alle Sört, von alle Engels, von alle Nekudis, die Maile, die Mathe, die Erech, die Rechew, aber da haben sie, mit Tanya, nicht wenig, aber da haben sie, mit Tanya, mit Ksav, und so weiter, und so weiter. Aber ich glaube, das tut mir gut verstehen, und ich gebe eine Tanya-Shiurim online, zu Talmidim, in Erd Yisrael, er ist mit Menschen, die sie haben nicht gelernt, in der Jugend, Teher und Chesidis, und ich krege, mit seinen Schiurim, was ergeben, da in Borough Park, es ist sehr, sehr zu der Sache, nicht zu viel, nicht zu wenig, und versteht sich, die Menschen, die ergeben auch, aber nimmt der Riesk, ein paar, nicht gut ist, was sie scheichle, zu fragen, den Menschen, was man lernt. Ich bin auch, ich mei, das ist auch, das selbe Sache, durchleeren, Herren, fahre, geht das Schiur, das ist eigentlich Schiurim, und mit dem, sollt ihr geben dem Schiur, wird dann haben, größer als Lache, dass sie nichts, zu wegnehmen von Schiurim, sondern von Tanya, von Weinberg, und von Greinheim, und von Nachim Goldschmidt, mit Rabbi Kussiel Grimm, mit Levy Yitzel, von Ginsburg, alles, alles ist gut, alles ist wichtig, aber Rabbi Yehl, die Tanya, ist das Mann, das Sime Seder, das Sime Seder, aber Rabbi Yehl, von Meishe Gerad, 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 von Greinheim, von Avraham Kesebener, von Avraham Kesebener, von Rabbi Hillel Paritscher, Rabbi Hillel Paritscher, von Mitlerev, von Meishe Gerad, von Meishe Gerad, von meiner鼻, von Meishe Gerad, undinya, öffentlich- hunas Behera. Wo likelihood glaube ich von Meishe Gerad, von minuten Eland bei ein, also Mara Kesebener, selbstverständlich werden kann, in derKeọn Egner, von Meishe Geradschao, selber hingar Thereah Kesebener, von Meishe Gerad, sie shooting ihm Haftan, in der TieATHER, in Müratik, das ganze怎么了? Ofern Eichmechshof, dem Geistens?!" Aber Alexandra B challenger, Der Rebbe Masber gewinnt Tanya in gewisse Sachen, was er hat sich übergebeten und lernt Pschad und Tanya, wenn der Rebbe lernt Pschad, und auf dem darf man nicht reden, aber nicht jetzt. Und drittens, der Hasbore und der Klörkeit, was man darf sagen, was man darf nicht sagen, ist dort nicht verhandelt, sondern es ist Juden. Aber was sage ich, was man darf nicht sagen? Man gewinnt einmal in Jerusalem, in einem Geivetsstub. Damals er gewinnt auch zum Haravais, der Geivet, der geht nach Besden, in der Schule. Er gewinnt dort einen Schuhpunkt, und er gewinnt dort ein Yid, Harav Safran, er ist aneinander von der Kamane. Und ich habe gesehen, in Kroneitz, reden mit der Rebbe, und lernen mit dem, und dachte mir, dass er wohnen, und ich habe gesagt, gesagt mir etwas, wegen der Rebbe, und ich habe gesagt, ich werde sagen eine Sache. Er gewinnt nicht in der Kööche Aspore, sondern in der Kööche Aspore. Aspore muss man aufhalten. Er gewinnt grinsen Aspore, aber er hat viel größer ihn aufhalten, weil er gewusst, was zu sagen wird, und er hat gewusst, was nicht zu sagen wird. Und abhalten sich von Sorgen. Das ist eine Sache schwerer für ein Mensch, der will ein Spieger sein, und kann ein Spieger sein, er soll keinen Lazzor, der Stab, und nicht geben weiter, das ist eine Sache schwerer. Das ist der Kööche Aspore. Trachter, das ist ein sehr tiefes Wort, was der Raff Safan hat gesagt, und er hat allein gelernt mit ihm, er hat der Biotik gelernt mit ihm. Bei mir ist, wenn man lernt sein, bei Juden auf Sefer an Tanje, hat man die drei Sachen noch einmal von Messer, von dem Rebbe in Tanje, und was man darf sagen, und was man darf nicht sagen in Tanje. Die drei Sachen sind sehr wichtig, und ich will lernen mit sich und mit anderen, befreit andere Teilen. Ich will den Eberster helfen, die alle Sachen, was wie der Rebbe gesagt hat, als Teil der Maschke nachheren, er genommen von Rebben und geben andere, und kolkule gewähren, nur Pelikus, Chesides und Rebbe. Er hat keine andere Sachen im Leben. und ich kann auch sagen, persönlich sein dort im Stub, und hören sich zu, und reden mit ihm, und hören von ihm, und dass er gewöhnt, Joren Leyen, sei er beschassen mit meiner Bocher, sei er beschassen, gewöhnt, dass er eine Erkassen gehabt hat, sei er, wenn er schon gehabt hat. Einer Klach, sind alle Fallen, in der selben Kunde gewöhnt dort, die drei Sachen. Er hat sich abgegeben, der Eberster, ist der Eker, Elikus. Und der Rebbe, der Meisher Rabbeinu, was bringt darauf der Elikus, der Olemato. Und wir haben das Schuss, eben die Macht des Kalje, und mewarf der Reis, den Narre, der Jesches, und ich, zu sein Achelik, in der Eisfer, in der Schliches, durch das Kasches, zum Reben, und zum Ebersten, in die alle Sachen. Und der Rebbe, mit allen und dem Einer, der Ebersteljah, mit dem Ebersteljah, und dem Ebersteljah, und dem Ebersteljah, mit dem Ebersteljah,